Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass es schon bald wieder Frühling wird, sieht man zum Beispiel an diesen Blumen hier. Und am neuen Modenschurnal von Ihrem Coop-Warenhaus, wo ein regelrechts Buket von fröhlichen und aktuellen Frühlingsmoden enthalten. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, war ein Eindruck von der neuen Mode, den Sie jetzt überall in den Coop-Warenhäusern erleben können. Sie sehen also, ein Besuch lohnt sich. Sie sind dort schon mitten im Frühling und können erst noch mitmachen an einem spannenden Sofortwettbewerb mit vielen tollen Preisen. Und natürlich auch am Jackpot-Wettbewerb. Der erste Preis dort, das ist eine Reise für zwei Personen mit dem Schiff nach Holland. Wir wünschen dazu viel Glück. Und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Rezept dieser Woche. Ja, nach diesem wunderschönen Modefrühling kommen wir zum Frühlingsgemüse. Es gibt einen Blumköhlauf. Eine Blumköhle rüsten, in Röseli teilen und im Salzwasser weich kochen. Die weich kochten Blumköhleröseli habe ich hier mit vier Eigeellen, geriebenem Käse, Paniermehl und ein bisschen Peterli vermischt und ein bisschen verdruckt. Dann vier Eischnee, sorgfältig unterzogen. Diese Masse habe ich in eine einbutterete Auflaufform gefüllt, die ich mit Paniermehl ausgestreut habe. Und dann 45 Minuten im vorgeheizten Ofen zu bachen. Blumköhlauf können Sie sehr gut mit Boulet servieren. Lusten Sie es? Das Rezept finden Sie in der Korbzeitung einen guten. So, das wäre es wieder mal gewesen für heute. Wir danken, dass Sie für uns Zika haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Gerade anschliessend zeigen wir Ihnen noch Coop-Sonderangebot. Es sind alles Sachen, die Sie gut brauchen können. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt Damenbikinislip in verschiedenen Farben und Grössen zwei Stück für nur 6 Franken. Einen bunten Frühlingsstrauss für nur 4,50. In allen Coop-Do-It-Yourself-Läden kommen Sie den Autoradio Vollstereo Roadstar RS 5900TX für nur 279 Franken über. In allen Coop-Centern und Warenhäusern gibt es den Satrap-Staubsauger Concorde für nur 200 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Landjäger für nur 2,60. Streichschmelzkäse Gerber assortiert statt 3,50 nur 2,45. Und noch morgen über Monat am Samstag zwei Schachteln Importtaier statt 2,80 für nur 2,30. Alle die Angebote gibt es natürlich auch im Sedam-Center in Pfäffiken, wo morgen Morgen am 10 Uhr ein neues Coop-Supercenter eröffnet wird. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017